Die nächste Minute soll dir eine Lockerung deines IT-Bands zeigen. Als Unterstützung benötigen wir ein Teraband. Dieses fixiert man unter dem linken Fuß und kommt dann in Rückenlage. Während du dein rechtes Bein entspannt ausstreckst, ziehst du dein linkes Bein zu dir heran. Aus dieser Position verlagerst du das Band mit dem Teraband über die Mittellinie zur rechten Seite, bis du eine leichte Dehnung spürst. Du solltest allerdings nicht mit der linken Hüfte komplett den Boden verlassen. Atme entspannt weiter und versuche diese Position 60 Sekunden aufrechtzuerhalten. Erbe dann kontrolliert zum Mittellinie zurück und entspanne das Bein.